Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4, habt ihr am Titel wahrscheinlich schon herausgelesen. Heute geht es darum, wie ihr Uber-Unix bekommen könnt mit Greater Affixen. Ich weiß nicht, ob es mehr als einen gibt, habe ich nämlich noch nichts von gesehen, also mit der Methode, die ich euch gleich zeige. Aber es ist eine relativ, in Anführungsstrichen, einfache Methode, um Uber-Unix zu bekommen mit Greater Affixen. Natürlich könnt ihr auch einfach in der Welt Glück haben, oder bei Duriel Glück haben, oder bei Andariel Glück haben. Vor allen Dingen bei der 200er Version von Duriel und Andariel hatte ich zum Beispiel Glück und habe ein Greater Affix-Item gefunden. Leider, der starb, der ist jetzt nicht so spannend. Aber es gibt eine Möglichkeit, diese Uber-Unix zu finden mit Greater Affixen, ohne überhaupt dafür kämpfen zu müssen. Also in Anführungsstrichen ohne. Denn, wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja diese prächtigen Funken, womit ihr euch ein Uber-Unix craften könnt. Und wenn ihr euch ein Uber-Unix craftet, dann habt ihr immer die Chance, ein Greater Affix zu bekommen. Ob es mehr als einer ist, kann ich euch nicht sagen, weil das wie Gambling bei den Kuriositätenhändlern ist. Und dort hatte ich noch nie mehr als ein Greater Affix. Habe aber aus der Community gehört, dass jemand hier ein Greater Affix bei einem Uber-Unix rausbekommen hat. Und ich würde das Ganze hier jetzt gerne einmal mit euch zusammen versuchen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt hier eine mit einem Greater Affix bekomme. Aber ich würde das extrem gerne einmal ausprobieren. Natürlich hier an Tyrael's Macht. Ist aktuell mein Lieblings-Unix. Ist so einer der stärksten nach Harlekins Krone. Vor allen Dingen, weil es auch für alle Klassen funktioniert. Und würde jetzt hier einfach mal Herstellen sagen. Und dann hoffen wir, kostet übrigens 50 Millionen, ist schweineteuer. Und hoffen auf einen Greater Affix. Leider nicht. Leider nicht. Aber ey Leute, das ist Gambling. Aber so habt ihr auf jeden Fall die Chance, Uber-Unix mit einem Greater Affix zu bekommen. Ich habe euch ja gestern auch gezeigt, wie ihr die 200er Version von Duriel besiegen könnt. Das haben wir heute ganz viel im Stream gemacht. Und ich muss sagen, die Chance scheint wirklich fünfmal so hoch zu sein. Also die Uber-Unix-Chance bei Duriel und der Dariel bei den Level 200ern gequälten Bossen scheint bei 10% zu sein. Weil ich wirklich viele gefunden habe. Und darum auch den Stab, den ich euch gerade gezeigt habe. Also wer es schafft, die 200er Bosse zu besiegen. Das lohnt sich auf jeden Fall extrem. Wer die Steine noch sucht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, einfach diese Steine zu bekommen. Erstens ist natürlich die Season-Quest-Line bei den Iron Wolves. Die Iron Wolves kennt ihr bestimmt. Die findet ihr hier hinten im Camp der Eisenwölfe. Dort gibt es ganz am Ende eine Truhe mit fünf Steinen. Außerdem kriegt ihr auch in der Saisonreise hier eine Truhe mit Steinen. Sowohl ganz am Ende, stückische Steine, als auch hier einen davor mit stückischen Steinen. Wo sind sie? Hier. Hier muss ich auch mal gucken. Gab es die hier auch schon? Weil das wäre ganz cool. Ne, hier gab es die noch nicht. Also, auf den letzten beiden gibt es jeweils eine Truhe mit diesen Steinen. Lohnt sich auf jeden Fall extrem. Weil die Uber-Unix Chance, ich habe es gerade gesagt, bei 10% liegt. Also sehr, sehr, sehr hoch. Und Duriel, muss ich tatsächlich sagen, ist auch jetzt nach dem 10., 15. Mal besiegen echt nicht mehr ganz so schwer. Aber für alle Veteranen unter euch, da solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen. Auch wenn ihr vielleicht nicht so viel Schaden macht. Aber Duriel kriegt man hin, wenn man sich da nicht treffen lässt. Und die Tipps von gestern einfach befolgt, die ich euch mitgegeben habe. Wo ich hier gerade am Flüstern im Baum stehe, ich hoffe, dass das schon längst gepatcht wurde. Falls noch nicht, als Info für euch, das hier ist ein Bug. Aktuell kann man keinen grausigen Gaben abgeben beim Flüstern im Baum. Es hat sich ausgeflüstert, wie einer im Chat geschrieben hat. Ja, ich hoffe einfach, dass zum Zeitpunkt des Videos der ja schon wieder aktiv ist. Wenn nicht, wisst ihr Bescheid. Aktuell gibt es einen Bug mit dem Flüstern im Baum. Blizzard ist da dran. Und ich hoffe, dass das ganz schnell hier wieder geregelt wird. Weil die styrgischen Steine so selten sind, möchte ich auch nochmal alle anhalten, die Steine wirklich am besten nur für Duriel zu benutzen aktuell. Ich denke, dass die Quellen und auch die Dropraten der Steine eventuell in der nächsten Zeit hochgehen wird. Vielleicht auch zur Mitte der Season erst, aber die Steine sind aktuell so selten. Ich würde die auf jeden Fall für Duriel aussparen und nicht für irgendeinen anderen. Andariel würde auch gehen, aber Andariel ist richtig schwer. Da würde ich es vielleicht nicht machen. Duriel ist relativ einfach, hat die höchste Uber-Unique-Drop-Chance. Und das sind halt die seltensten Sachen. In meiner Meinung nach würde es keinen Sinn machen, jetzt zum Beispiel einen Warschern zu machen, um dort einen Unique mit einem Greater Arfix zu bekommen. Das kriegt ihr dann eher so in der Welt, wenn ich mal hier einen ganz weirden Flex, aber einfach ums Verdeutlichen, machen kann. Ich habe schon so viele Uniques, unter anderem auch so eins hier, das ist nicht bei mir gefallen, das ist bei Steven gefallen, ist gefallen in der Höllenflut. Also ich denke, normale Uniques findet ihr eher in der Overworld, als dass ihr das bei 200er-Bossen euch holen könnt. Deswegen benutzt die Steine auf jeden Fall bei Duriel ist mein Call. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, nur als kleiner Tipp. Die Steine solltet ihr meiner Meinung nach bei Duriel nutzen. Morgen kommt ein extrem spannendes Video zu einem Item, was es noch nicht im Spiel gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da will ich noch nicht zu viel vorweg sagen. Da könnt ihr euch morgen auf jeden Fall auf was freuen. Ein Follow da lassen und natürlich ein Like auf das Video würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.